Zweiko-Dead und dem lieben Tobi und dem netten Quincy, der gerade ein bisschen erkältet ist. Und mir, Piraxu, Epi. Oh, ich muss vielleicht mal jemand auswählen. Wer nicht das machen? Piraxu, du bist direkt schon zum Anfang böse. Ja, das ist aber so. Wieso bin ich Sherry? Ach, du schalte. Sherry, Sherry? Sherry, Sherry, Lady. Was, ich bin allein? Wieso kann ich nicht? Toll, ich hab'n Progo-Stick, na, großartig, werd' gegessen. Oh, äh, äh. Ich werd' gegessen, ich seh'n schon. Ich hab' schon Angst, ey. Ja, ja. Ich hab' Angst. Ah, ich fliege. Wieso seid ihr alle draußen und ich, und ich noch nicht? Ah, er fliegt. Tobi ist ja schon voll am Looten. Wieso, wie, wie kann man das hier denn looten? Gar nicht. Denn ist gut. Ja, nein, nein. Schön. Ich muss mal auftauchen, ich werd' gar keine Luft. Herzschlag, Hilfe. Ah, da ist einer. Oh, das könnte vielleicht schon mattin sein. Oh nein, Hilfe, nein. Nein, 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 ich bin nicht. Aua, aua, haus, jetzt eng hier. Hi! Au! Okay, er hat mich nicht gesehen, das ist gut. Okay. Aber ich hab' dich gesehen. Ich bin ja nicht zu übersehen, ne? Ich bin ja ein bisschen groß, ein bisschen oran, ein bisschen wetter. Das ist wohl wahr. Ich pass' nicht durch jede Öffnung grade. Oh Gott, oh Gott, oh Scheiße, Hilfe du, ich hab' Probleme, ein ganz großes sogar. Scheiße. Ihr seid auch echt so winzig, ich seh' euch drum gar nicht mehr. Ich hätte den Trett berührt. Er streichelt. Warum hast du's denn nicht? Er streichelt. Er streichelt seine Frau. Ich hab' nicht, ich seh' überhaupt nichts. Wo ist meine Spitzartfähigkeit? Thorsten ist, das ist schlimm. Es tut mir leid, dass ich schon aufgegessen habe. Ja, danke schön. Das ist gar nicht schlimm. Thorsten wollte eh nicht mehr gehen. Aber da war gar kein Platz in deinem Magen. Ja, da sind noch ein paar Verkehrszeichen drin. Und ein paar Fahrräder waren auch noch drin. Ja, kann sein. So, ne. Ich bleib' jetzt sicher. Ich bin ja sicher. Ach, hier. Ach. Hi. Oh. Hi. Hab' ich ja ganz vergessen. Na du? Ja, du kannst uns beißen. Hallo. Grüße, Hi. Hi. Ja, es fängt ja wieder an, hier seine Kollegen auf zu essen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, du sag mal, wo ihr seid. Seiko versteckt sich irgendwo. Aber ist ja auch das Versteckschirm. Spielen wir jetzt Versteck, oder was? Jaja. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nee. Ihr findet mich nicht. Niemals. Pass auf, hier ist noch ein Käfig, oder? Wieso kann ich die Fische nicht essen, hier? Äh, es hat nur getroffen. Ähm. Oh, ja. So, Tobi, du sagst jetzt mal bitte, wo du bist. Ich stimme. Gehst du jetzt noch oben? Gehst du noch oben? Gehst du noch oben? Ja, weil der sagt so, ich habe hier gerade eine Ecke. Die habe ich, weil ich, manchmal denke ich, ich habe zwei Dimensionen, weil das ist keine gute Eigenschaft. Aber gelegentlich hilft sie auch, Aua, anderen zu überleben. Zeiko hat einen Schall des Tatzes, einen Schall des Tatzes gestohlen. Aua, Aua. Oh nein. Oh. Shit. Das war lecker gewesen eben. Das war lecker, ne? Oh, da steckt noch was. Sto, ich habe erstmal eine Robbe gegessen. Da steckt noch was zwischen meinen Zähnen, verdammt, ey. Oh. Oh. Hast du dir einen, einen Psycho gemunden lassen? Er hat geschmeckt. Er hat geschmeckt. Ihr werdet aber nicht gewinnen, denn ihr werdet nicht, nicht finden, denn... Tobi, wo bist du? Äh. Im Wasser. Stell dir bloß vor. Tobi, schieß mal. Hier riechen alles Flugzeug. Achso. Dann wird mal Blubberbladen oder so. Richtig. Mann, du hast mich geschubst eben, Psycho. Oh nein. Findest du gut. Ich genieße hier ein bisschen Aussicht. Aussicht? Das heißt, er ist oben. Hä? Steig, wie du darfst das. Flippern, flippern. Na, da, da, da. So, jetzt müssen wir alle den Tobi essen, ja? Ja. Fische sind Freunde. Kein Futter. Du bist kein Fisch. Du bist kein Fisch. Wurde grad sagen. Eben. Das ist dein Problem. Schleich dein Mensch. Darum werden wir uns dicht bunten lassen. Zeig, dass du im Kiemen wachst. Das ist geil. Das Versteckspielen macht richtig Spaß, ey. Ja, letztes ist aber einmal sehr schwer zu finden. Gerade wenn er Tobi ist und sich überall verstecken kann. Ja, ja. Wo könnte der sein? Ich weiß, dass Tobi das Spiel schon kennt. Nö, eigentlich sehr wenig. Ich wusste gar nicht, dass man hier hin kann. Okay, dann ist es irgendwo ein... Da muss ich einfach generell sehr viel verstecken. Und ich weiß, ich könnte die besten verstecken. Dann ist das so spannend. Alter Fall, der du... So, wenn er nicht wusste, dass man da hin kann. Oh, das schaffen wir wirklich nicht. Ich bin leid, ja. Ja, ich gucke auch schon alles an. Okay, künftig ist vor mir. Läuft zufällig oben mittig ein Timer, den ich grad nicht sehe wegen meiner AUDs. Ja. Ja, links oben. Links oben. Das ist ein Radar, meinst du, ne? Ja, ja, ja. Ne, der Timer. Das ist der Timer, der abläuft. Okay, ja. Das sieht aus wie ein Radar, das meine ich. Ja, ja, genau. Das sieht aus wie ein Radar, ja. Den aber auch nicht. Ich auch nicht. Ich kann ihn nicht ausmachen. Ich stelle das nachher erstmal ein. Das Tobi zu sehen ist immer. Äh, genau. Ja, sehr schön. Ist entkommen. Sehr schön. Super, Tobi. Wow. Glückwunsch. Dankeschön. Und du hast ne Kiste bekommen, das ist auch cool. Ja, hat mir gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Schöne Einstiegsrunde. Ganz oben, eigentlich hab ich gedacht, ich würde die ganze Zeit an eine Alpha-Wand stoßen, aber da ist, ganz oben am Rand ist ein Hochplateau. Okay. Ach du Scheiße. Okay, ja. Das ist mir gar nicht gewesen. Das ist so. Dann bin ich in die Mitte geschwommen, da wo das Boot steht. Und war dann mal in der Oberfläche. Okay. Ja, hab ich jetzt schon gestartet. Sorry. Ja. Alles gut. Finde ich gut. Wer ist jetzt Traitor? Da reißt man gleich. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, Steckspiel. Tobi das fetzt, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Wessen? Wessen? Tycos? Passt zu mir, ja. Meine Lanze ist pink. Wieso ist deine schwarz? Dann will ich zum Arzt gehen. Meine schwarz? Aber als Hai fetzt das ja auch. Wir sind aber schon wieder hier. Okay. Ja, Thorsten hat jetzt keine andere Karte ausgewählt. Doch, ich hab eigentlich alle gewählt. Der macht das ja zufällig. Aber ich finde, die seltensten Spiele sind immer noch Zombiespiele. Oh. Oh. Die gibt's ja kaum, ne? Es gibt ja kaum. Es kommt nicht gut. Oh. Oh. Okay. Oh, Mann. Da bin ich abgeschossen. Mh, lecker. Ah, ja. Danke, ey. Na. Was ist das überhaupt? Miraxo, was hast du getan? Was, was, was hab ich denn getan? Ich hab nichts gemacht. Du hast alle in Haie verwandelt. Das war ich nicht. Oh, schon wieder dasselbe. Oh nein. Ah, da oben ist ein Schatten. Schon wieder dieselbe Konstellation. Und Aurei. Na gut, wir werden Schatten. Na gut. Wieder die Jäger. Aber ich bin ja toll, dass wir sogar Schatten geboren werden. Der Jäger? Jetzt wird's gruselig. Du hast ja irgendwie gesehen, wo er hier irgendwo reingesprungen ist. Genau, ich bin irgendwo reingesprungen. Was ist Tobi schon wieder? 100%? Der Gejagte? Ja. Wieso ist der so gut? Tobi sagt, warum bist du so gut? Ich bin halt ein Meister im Verstehen. Alles klar, Tobi. Gehe dem Problem lieber aus dem Weg. Sehr gut. Sehr gut. In diesem Fall seid ihr das Problem? Ja, das ist korrekt. Das macht Sinn. Das muss er jetzt sein. So, wo könnte er jetzt sein? Nicht gut. Ich würde mir mal so einen richtig leckeren Tobi schmecken lassen. Ja, das ist ein Tobi-Burger. Hätte was, ne? Tobi-Burger? Da kann Tobi-Toast. Tobi-Tobi. Tobi-Fleisch. Tobi-Fleisch. Ich habe einen Exogill-Hai. Wenn ihr da hinten seid, dann kann ich... Ja, du hast dich gerade so ein bisschen umgeflückt. Da unten ist noch jemand. Tobi. Tobi. Da ist mir nicht noch jemand. Also ist er... Okay. Im mittelbereich vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, als Hai. Das fetzt aber auch, ey. Ja, ja. Ja, also die Hai steuern die Spitze. Aber auch die Taucher steuern sich wirklich tadellos. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich begeistert. Spiel ist richtig geil. Ah, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo, wo? Ess ihn, ess ihn. Lass ihn dir schmecken. Oh, super. Wo hast du ihn gefunden? Unser Brot. Geil. Oh, schön. Perfekt. Sehr schön. Sehr gut, Marc. Ja. Ich muss mal ganz kurz den Kater rauslassen. Lass mal kurz das Katerchen. Alles klar. Pass mal kurz aus, nicht dann. Wir machen 25, ne? Ja, mindestens 25 Folgen, muss schon sein. Ne, Minuten Quatsch mit. Wir hauen tonnenweise Folgen jetzt raus. So, ich guck jetzt mal. Ja, klar. 25 Minuten. Standard eben. So, da bin ich wieder. Ja, was gibt's denn noch außer High and Seek, damit die Leute auch was anderes sehen? Was gibt's denn noch? Oh, ja. Da gibt's schöne Sachen. Genau. Machen wir jetzt zu Abwüchsen was anderes. Was wollen wir jetzt machen? Äh, was anderes. Also... Blut und Gold ist cool. Blut und Gold könnte interessant sein. Ja, da hat man glaube ich auch mehrere, mehrere, mehrere Leben als Zauber. Ah, okay. Dann ist das so wie, äh, wenn du auch ganz normal spielst gegen unbekannte Spieler. Das kenne ich gut und Gold. Das ist richtig cool, ja. Hm. Wenn du deine Bots passiv leicht, mittel oder schwer einstellst. Leicht. Leicht. Leicht auf jeden Fall. Und nimm auf jeden Fall Bots, weil wir sind ja nicht komplett. Das wär's ja bisschen blöd. Hab ich gemacht. Ja. Gut. Dann hab ich eine Karte ausgewählt und dann hab ich jetzt... Sehr gut. Dann starte ich die Region. Wir können auch noch die Region wählen. Ich wähl mal die Region, äh, USA, Westen oder Australien. Ne, wenn, dann würde ich dann Osten, äh, nehmen, weil das ist ja näher. Weißt du? Ich seh ja, ich seh ja, dass er daran gerade überhaupt nichts verändert. Er will uns wieder in Bern aufbinden. Eben, weil du weißt ja gar nichts. Es ist ja immer noch Europa, das stimmt. So, geht los. Ja, Australien, hau ab, ey. Also du kannst wirklich Europa und, ähm, Ost-USA nehmen. Da ist der Ping auch immer noch gut. Ich sprech aus Erfahrung. Jetzt hat er tatsächlich Australien genommen. Ja, das hat aber nichts, das hat aber nichts mit dem Ping zu tun. Ne, das ist super. Es geht um die Maps. Ja, großartig. Wir werden ja sehen. Wehe, der Ping ist wohl. Leute, es geht um die... Ist das alles deine Schicksal? Hast du ein Problem? Es geht... Hahaha, Tobi. Es geht um die Maps, die wir jetzt haben. Nein, gibt's Haue. Dann nehme ich dir deinen Thymian-Tee weg. Ich sag's dir. Den brauchen wir jetzt. Alles drin. Alles drin. So, geht los. Alles drin. Ah, Viraxa, wir sind dein Team. Ja, sehr gut. Krass. Krass. Ich sag, da ich ständig gut. Psycho, Catherine und Ili sind ein Team. Ja, sehr gut. Psycho ist noch nicht da. Quince ist auch noch nicht da. Die sind noch so einjährig da. Das ist ja großartig. Na gut. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Ich bin da so Schritt für Schritt hin. Hm. Horst ist glaube ich doch schon. Jetzt bin ich online. Ja, aber da oben sieht man nicht echt überhaupt nicht. Na gut. Weil man sich ja auch gar nicht vermutet. Okay. Tja. Dann schützen wir erstmal Steve, damit der nicht zerstört wird. Sonst ist das Spiel direkt vorbei. Der wird ja nicht zerstört. Der wird nur aus und nicht gesetzt für eine gewisse Zeit. Du kannst auch zerstören. Echt? Ja, du kannst dich zerstören. Und dann hat das, haben die da auch direkt verloren. Kepp'n Stabs. Ja. Warum erzähl ich dir solche Sachen eigentlich? Ich weiß nicht. Findet die Beute und bringt sie zu Steve. Ja, ich weiß ja, du bist in das Wetter. Ja, ich bin auch mit. Okay. Ich will erstmal hier durch. Mal rufen. Was hier so Sache ist. Ich weiß ja, ich weiß ja. Man kann natürlich auch so Taucher sehr gut ausmachen. Sie sind ja meistens sehr gut von Steve. Naja. Ah, okay. Ja, da geht was ab. Mann. Oh, hier fällt was von oben runter. Ich bin gut. Ah, okay. Ich hab was getötet. Du hast das DAS getötet. Du hast DAS getötet. Du hast DAS getötet. Du hast DAS getötet. Rax hat auf jeden Fall einen Bot getötet. Ist auch schön. Oh. Oh, wei. Oh, wei. Ha, hallo wir Rax. So. Hi. Noch wieder Bot. Mann. Die sind gut die beiden. Ah, hat er. Ah. Hilfe. Oh, oh. Ah. 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 So ein Gruß wirklich. Gut, der bewegt sich wie, 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 wie Dienst Martin. Was? Wie Martin, der, wie, wie, wie Dienst Martin. Der bewegt sich wie Martin. Komm her, du. Ich nehm' nicht aus, wenn du Weihnachten kannst. Äh, es war Martin. Aber, aber, ja, ja, ja. Heißt DIV. Der bewegt sich wie Martin. Äh, ist cool. Äh. Das passt gerade von, von den Däften. Jaja. Jaja. Oh, warte mal. Ich hab' da unten sind wir schon, also. Ah, wurde, wurde Steve ein bisschen verletzt? Warte mal. Ja. Ich muss auch Gold sammeln. Sehr gut. Ja, ich bin dabei. Ich bin schon total reich an Erfahrungen. Ja, gut. Du meinst du? Was soll das heißen? Ja, ja. Hi. Oh, hier. Ah, verdammt. Oh, der hat Zahnfleischbluten, ey. Was hast du? Oh, ein Bein fehlt mir. Was das? Arme sind auch weg. Scheiße. Ah, sehr gut. Ja, das ist wieder ein Geh. Guter Bot. Also, ähm, auf 5 hast du das Reparaturwerkzeug, äh, Quincy, ne? Ob's auf 5 geht, dann kannst du's rausholen, dann mit der linken Maustaste kannst dann, äh, Steve reparieren. Alles klar. Jo. Pah! Boah. Boah. Die sind gut. Die sind gut. Äh, so, ich verkehr das Mond. Äh, so, ich verkehr das Mond. Ähm, so, ich verkehr das. Ah. Ja, wer sieht denn, ne? Haie und Haucher sind nicht leichtartig. Ja. Bestimmt. Bestimmt. Alles klar. Also, ich verstehe nicht, ob das die ganze Zeit hier macht und was bringt oder nicht. Was machst du? Mhm. Also, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt jemanden getötet habe oder nicht? Ja, das geht mir genauso. Ich bin hier auch so ein bisschen so durcheinander. Irgendeiner ist da. Aber einen Hai habe ich jetzt gerade gekillt. Ja, das war ich. Dann haben wir alle auf den geschossen. Dann ist das der, auf den wir alle schießen. Na gut. So. Oh. Ah, wir müssen weiter. Okay. Steve geht voraus. Alles klar. Hinterher. 22. 22. Super ausgewiesen. Äh, Tobi, wenn du Robben reißt, dann kannst du dich heilen. Ich weiß. Okay. Wo ist Steve jetzt schon wieder? Steve? Hi Steve. Nee, der ist hier. Der ist hier. Alles klar habe ich gesehen. So, warte mal. Oh, Psycho, ich habe deine Wirbelsäule gefunden. Hier liegt sie. Hier hast du noch gesucht. Ja, die kannst du auch Steve reinwerfen. Ja, der ist hier. Was ist mit dem? Du schwittest, oder was? Mach den fertig. Jop, der ist tot. Hier schwittest du den Arm. Hau ab. Hier liegt ein toter Taucher rum, ey. Hier liegt ein toter Wal. Echt jetzt? Ja. Boah. Krass. Noch nie aufgefallen. Los, Steve. Fertig werden hier. Wir müssen Steve beschützen. Jetzt habe ich das durchschaut. Sehr gut. Mann! Putter durch! Mann! Ach, Mann! Der bleibt vor. Hey, hau ab hier! Okay. Steve ist wieder in Ordnung. Alles klar. Steve ist wieder gesund. Was wollen die Haie denn? Jop. Schlimm. Die sind also mutiert aus Steve hinterher. Oh, hip. Was? Schieß die wild um mich. Ja, ja. Schrecken und Angst. Ja. Oh nein. Ich habe keine Munition mehr. Wann liegt das? Kann man hier irgendwelche finden? Ja. In diesen Kisten. Wo einfach solche Patronen angezeigt werden. Dafür muss man auch nicht zuhören. Okay. Ja, ja. Ja. Genau, so ein Zeichen. Ja. Ich habe schon wieder keine Gliedmaßen mehr. Verdammt, ey. Doppel G. Das schwimmt sich vor allem nicht so blöd, finde ich, ey. Naja. Oh, ich glaube das wohl, ey. Ja. 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 Und das Geschrei immer, das der Hammel. Woaaah. Jetzt. Lass mich in Ruhe jetzt, Mann. Ja. Oh, wieder ein Stieg. Dritte Evolutionsstufe. Heiße. Hi Stevie. Sehr gut. Hol dir auf jeden Fall bessere Waffen, wenn du genug Geld hast. Aber klar. Ja. Ja. Genau so. Da hast du es dem Richtigen gesagt. Schönen Dank, ey. Ich hole mir ein besseres Gebiss mit. Ich hole dir mal ein besseres Gebiss. Nein. Ich hole dir mal ein besseres Gebiss. Hier. Schwindel. Ich habe mich verfahren. Verfahren ist gut. Schau. Schau. Du hast es nicht anders gewollt. Ich wünsch nie. Nein. 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 Na? Oh, er fiel von ihm an. Oh, ich brauche nicht zuhören. Gott. Hä? Ach, da unten steht, wer wen getötet hat. Okay? Ja, ja. Ja, wir kriegen das langsam mit. Ein paar Spielstufen noch. Scheiß Gott. Da hast du ihn. Schon wieder scheiß Bot. Mann. Muss ja irgendwo Munition. Munition liegt hier auch drin. Aha. Das ist die letzte. Der letzte Safe. Jetzt müssen wir die Schätze. Krass. Erledigt. Ja, die sind echt schnell. Meine Güte. Die Viecher, ja. Reagieren echt nicht schlecht. Ne, auch die Bots reagieren echt schnell. Ja, ja. Aber es wird knapp. Es wird knapp. Ja. Ich bin gespannt. Hau ab, Mann. Oh, lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Oh, ich hab dich mit dir. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sehr schön. Ist das der Hammer, ey. Ist das cool. Leute, Leute. Ich hab Angst. Aber dieser Herzschlag. Das war nicht voll nervös. Ohne Scheiß, Leute. Mich auch, ja. Der Herzschlag. Warte mal. Wer hat denn da so eine schöne Waffe? Äh. Achso, das Maschinengewehr. Das ist meins. Jetzt nicht mehr. Ich suche dir was. Oh, ja. Reparieren ein bisschen. Oh, ja. 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 Bot. Mann. Der ist mit Bot. Glaube ich. Oh, Hilfe. Ich brauche Munition. Sehr gut. Oh, Rom, ich hab grad in der Nähe. Nee. Wow. Ab hier. Gebt mir. Ich weiß gar nicht mehr. To the Bot. What? Was ist das? Ich hab eine Krone gefunden und alles Mögliche. Sehr gut. Und eine goldene MP. Das sieht bei Monopoly hier. Ich brauche Munition, Zeiko. Kannst du mir was geben? Ich muss ja auch ein paar angreifen. Stell mal so ein Säckchen hin. Tut mir leid. Das gar nicht. Ich muss leben. 23. Da oben ist ein Hai. Hai hai. Ah, da kommt gerade ein Stil nach oben. Schreib ich mir mal. Wer hat gewonnen? Ich. Meine Frage. Wie? Vier alle? Ich bin die wertvollste Spieler. Das wusste ich schon immer. Ah, danke schön. Also die meisten Tode hatte ich durch Bots. Ja. Ja, ich auch, komischerweise. Die Bots sind echt gut in dem Spiel. Obwohl die bloß leicht eingestellt sind. Das heißt, wenn man die Schwere einstellen würde, die würden richtig abgeben. Also ich könnte die auch auf Passiv einstellen, wenn ihr das wollt. Nee, aber das ist ja Quatsch. Kannst du einstellen, wie viele es sind? Ja, obwohl Passiv, ja, obwohl, ja. So, ich mach jetzt erstmal Break hier. Thorsten? Ja, Break. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.